so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die spirit sun von nico ja eine sonne und ja ich bin echt gut auf die zu sprechen die hat mich echt die hat es mir echt angetan muss ich schon mal sagen machen wir die mal kurz auf ganz normale sonne eigentlich mit einem richtig geilen silber effekt das sieht richtig edel aus 29 gramm nur und die stinkt genau da gibt es gar nicht viel zu sagen jetzt auf jeden fall so richtig geilen silber effekt manchmal und ich würde mal sagen überzeugt euch einfach selbst ich finde richtig schön gekauft habe ich die bei hornbach ungefähr fünf euro und jetzt geht raus zur zündung viel spaß mit dem teil der spürt zahn so leute ja jetzt spürt zahn muss ja auch mal sein dann ist es dann ist wieder so rum ja 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 Ja, das hast du noch zu fliegenden? Ja. Okay, ich kann mit dir die Zeit machen, Jassen. Eier, hast du zu wach? Hast du das noch mal mit? Nee. Aber du fliegestaus, fliegeständer. Wie könnte ich nicht, dass du in den Lauf? Oh mein Gott. Wie lange gemacht hast? Ich glaube eine Minute. Ey, das Dill, also mit dem... Das ist geiler als alle. Ey, geil. Guck mal. Wenn die nicht zu teuer ist, kann man die sich mal kaufen. Das Pirates Hand von Nico. Bye. Nichts. Tschüss. Tschüss. Judith und Ủy. Tschüss. oriannt.